Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser Episode möchte ich dir interessante Dinge über das Spiel Founders Fortune erzählen. Ich zeige dir worum es geht, was man vom Spiel erwarten kann und wie gut es sich spielt. Das Spiel wird von Orchkotzelschworf Interactive aus Bayern entwickelt und selbst vertrieben. Es handelt sich also um ein kleines Indie-Entwickler-Team. Es kostet bei Steam derzeit 16 Euro und befindet sich im Early Access. Entschuldigung für mein schlechtes bayerisch. Die Entwickler haben mir freundlicherweise ein kostenloses Testmuster zur Verfügung gestellt, das hat aber wie immer keinen Einfluss auf meine Bewertung. Meine Zuschauer und Leser haben höchste Priorität und eine ehrliche Bewertung verdient. Was ist Founders Fortune? Founders Fortune ist ein Aufbaustrategiespiel mit Survival- und Sims-Elementen. Man gründet eine Kolonie auf einer Insel und muss für das Überleben und Wohlbefinden seiner Siedler sorgen. Dabei startet man mit nahezu nichts und aus den Ressourcen, die die Einwohner abbauen, dann herstellen und errichten. Hauptakteure sind die kleinen Bewohner der Siedlung, die keine namenlosen Wesen sind, sondern sie haben, ähnlich wie in die Sims, alle ihre eigenen Namen und Persönlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse. Sie können Dinge mögen oder nicht mögen, Freundschaften aufbauen, Berufe lernen und darin neue Level erlangen. Und dabei sind die knuffeligen Menschen in ihrer neuen Heimat nicht allein. Mehrere eingeborenen Stämme der Tikis können sie kennenlernen, mit ihnen Handel treiben, über Diplomatie, Freund und Feindschaften aufbauen und dann eventuell auch Krieg führen. Early Access und Alpha Founders Fortune ist bei Steam im Early Access für momentan 16 Euro erhältlich. Das Entwicklerstudio Auchkotzlschwurf bezeichnet die momentan verfügbare Version selbst als Alpha. Sie sehen sich also selbst in einer frühen Entwicklungsphase und neue Features und ganz neue Richtungen für das Spiel sind eventuell noch in Planung. Aber es kommen größere Patches, wie gerade vor kurzem das Diplomatie-Update, das die gegnerischen Tiki-Dörfer ins Spiel brachte, sowie Diplomatie und Kampf und damit die Entscheidung, ob man friedlich oder kämpferisch siedeln möchte. Gameplay Allgemein Wenn das Spiel beginnt, erstellen wir uns zwei Siedler nach unseren Vorstellungen. Diese können verschiedene Vorlieben und Abneigungen haben, z.B. den Sommer lieben oder den Herbst hassen. Sie können auch bestimmte Berufe besonders gut können oder auch Nachteile haben, wie z.B. Hinken oder Pessimismus. Mit einem kleinen Startvorrat an Material und Essen auf der Insel angekommen, müssen wir erstmal dringend Schlafplätze organisieren. Dann können wir anfangen, die grundlegendsten Bedürfnisse zu beachten. Da wäre zum Beginn erstmal, dass Ihr Schlafplatz sich in einem Gebäude befindet und ein Stuhl, um sich auszuruhen. Eine Lagerkiste, um die gepflückten Äpfel aufzubewahren und so erweitern sich Wünsche und Bedürfnisse unserer kleinen Einwohner mehr und mehr. Unsere Siedler können Ressourcen wie Holz, Steine, Baumwolle abbauen, auch wenn das ohne Werkzeug erstmal sehr schwierig ist. Also fangen wir auch an zu forschen und generieren dafür Wissen aus den auf der Insel vorhandenen Kristallen und legen erste Felder für Nahrungsmittel an. Wir produzieren Werkzeuge, die die Arbeit etwas leichter machen und nach und nach entwickelt sich unsere kleine Gesellschaft weiter. Neue Siedler kommen per Schiff dazu, wenn die bisherigen komplett zufrieden sind. So ist es für Wachstum wichtig, dass wir erst einmal alle bereits vorhandenen Einwohner glücklich machen. Bedürfnisse und Wünsche Ähnlich wie in die Sims haben unsere Einwohner gewisse Wünsche. Die Erfüllung eines Wunsches, wie möchte in einem richtigen Bett schlafen oder möchte eine Vase in seinem Zimmer, bringt uns Zufriedenheitspunkte. Und wenn wir genug Zufriedenheit angesammelt haben, dann steigt der Siedler im Level auf und bekommt einen Belohnungspunkt. Diese Punkte kann man dann dafür ausgeben, entweder schlechte Eigenschaften loszuwerden oder neue positive zu bekommen. Wer mag, darf aber auch Negative dazu kaufen. Berufe Das Spiel bietet insgesamt 6 Berufe. Dies beginnt mit den grundlegenden Arbeiten für Ressourcenabbau, wie dem Förster, der Bäume fällt und für Holz sorgt, der Bergarbeiterinnen, die Steine, Eisenerz und Kristalle weghacken kann. Dann folgen die Bauern, die nicht nur für die Felder zuständig sind, also Samen aussehen, gießen und ernten, sondern auch loslaufen, um zum Beispiel wilde Baumwolle zu pflücken. Danach folgen die Schaffenden Berufe. Hier gibt es Handwerker, die an Werkbänken, Werkzeuge, Waffen, Kleidung und Rüstung produzieren. Sehr wichtig ist auch ein Gelehrter, der aus Kristallen und später Schriftrollen Wissen gewinnt, das man dann in einem komplexen Forschungsbaum investieren kann, damit der Fortschritt in unserer kleinen Siedlung Einzug hält. Und da Verletzungen und auch Krankheiten das Leben unserer Siedler schwer und teilweise sogar lebensgefährlich werden lassen, können wir mit einem Arzt Brüche behandeln, Grippeimpfungen verabreichen und andere Krankheiten heilen. Der Gelehrtenberuf ermöglicht es Forschung zu betreiben, und hier wartet ein komplexer Forschungsbaum auf uns. Momentan sind 28 verschiedene Forschungen im Spiel enthalten. Um forschen zu können, müssen entweder die Bergarbeiter oder die Forscher selbst Kristalle abbauen. Diese Forschungen brauchen nach und nach nicht nur immer mehr Kristalle und Zeit, sondern ab einem gewissen Punkt auch Schriftrollen. Schriftrollen kann man aber nicht abbauen, sondern muss sie bei den Händlern gegen Münzen eintauschen. Basenbau Die Siedler bekommen recht schnell Bedürfnisse nach mehr Komfort in ihrem neuen Zuhause. So reicht am Anfang ein Schlafsack, aber bald möchten sie ein Bett. Am Anfang ist es in Ordnung, wenn alle im gleichen Raum schlafen, aber nach einiger Zeit wünschen sie sich ein eigenes Zimmer und später sogar jeweils ein eigenes Haus. Und dann gibt es nach und nach immer mehr Wünsche und Bedürfnisse, die die Siedler erfüllt haben möchten. Einen Blumentopf im Zimmer oder einen Kleiderständer und dazugehörige Wäsche, diese gibt es für jeden Beruf und sie gewährt Vorteile beim Arbeiten. Dann folgen Werkzeuge, die ebenso funktionieren und einen Werkzeugschrank brauchen. Diese Kleidung und Werkzeuge sorgen aber auch nicht nur dafür, dass unsere Leute glücklicher sind, sondern auch für schnelleres Arbeiten. Handel und Währung Es gibt im Spiel nicht nur jede Menge Waren, die man abbauen und anbauen, veredeln und herstellen kann, sondern auch die Möglichkeit, mit diesen zu handeln. Da wären verschiedene Händler-Fraktionen, deren Schiffe ab und zu an der Küste anlegen. Hier kann man dann Waren gegen Münzen verkaufen und umgekehrt auch Dinge erwerben, die man selbst nicht herstellen kann, wie z.B. auch die dringend benötigten Schriftrollen für die Forschung. Die Siedlung braucht aber auch dringend Münzen, da die Einwohner nach einiger Zeit das Bedürfnis bekommen, für ihre Arbeit auch eine Bezahlung zu bekommen. Ist der Lohn nicht hoch genug, werden sie unglücklich und mit steigendem Berufslevel steigen dann auch die Wünsche an ihr Einkommen. Soziales Die Siedler haben nicht nur Wünsche und Bedürfnisse, sondern auch eine Stimmung. Fällt diese Stimmung unter einen bestimmten Wert, so fangen sie an niedergeschlagen zu werden. Und ab einem gewissen Grad an schlechter Laune bekommen sie einen Nervenzusammenbruch, was sie dann für einige Zeit völlig von der Arbeit abhält. Es gibt eine Menge Dinge, die die Stimmung der Siedler beeinflussen. So gibt es beispielsweise den Nachteil Xenophob, wodurch Siedler Fremde nicht so mögen und so bekommen sie schlechte Laune, wenn ein Händler an der Insel anlegt. Oder sie haben Albträume in der Nacht. Gespräche können die Stimmung sowohl positiv, wie auch negativ beeinflussen. Die Siedler können sich umarmen, gemütlich auf der Wiese entspannen, die Wärme eines Lagerfeuers oder eines Kamins genießen und viele weitere Dinge. Hier zeigt Founders Fortune einen Ansatz zu einer sozialen Struktur, die sich sehr ähnlich wie bei Sims spielt. Und dadurch werden unsere Einwohner schnell zu kleinen Persönlichkeiten, die viel mehr tun, als nur arbeiten, essen und schlafen. Gefahren Natürlich ist nicht immer alles vollstrahlendem Sonnenschein auf unserer kleinen Insel. Die Siedlung hat verschiedenste Gefahren zu überstehen. Dies beginnt mit Verletzungen und Krankheiten, die unsere Einwohner beeinträchtigen oder sogar ihr Leben gefährden können. Beinbrüche, Grippe und weitere Krankheiten und Verletzungen behindern die Arbeit oder machen sie sogar ganz unmöglich, im schlimmsten Fall droht auch der Tod. Eine der größten Gefahren ist natürlich der Hunger. Essensmangel kann sehr schnell zum Tod führen. Da es Jahreszeiten im Spiel gibt und im Winter nichts wächst, müssen wir rechtzeitig Vorräte anlegen, damit unsere knuffeligen Leute nicht elendig im Winter verhungern. Und da das alles nicht reicht, gibt es mehrere Tiki-Dörfer mit Eingeborenen auf der Insel, mit denen wir uns gutstellen sollten, ansonsten gibt's eventuell Keilerei. Diplomatie Es gibt mehrere andere Dörfer auf der Insel. Diese Nachbarstämme melden sich öfter mit Forderungen bei uns und jeder Stamm hat eine diplomatische Beziehung zu unserer Siedlung. Dieser Diplomatiewert verbessert sich, wenn wir ihre Forderungen erfüllen, sinkt aber auch generell mit der Zeit. Und wenn wir die Forderungen ablehnen, können wir uns die Eingeborenen auch zu unseren Feinden machen. Und dann droht schnell der Angriff auf unsere Siedlung. Verteidigung und Kampf Die Eingeborenen Dörfer stellen eine Gefahr dar. Wir können natürlich probieren, dieser Gefahr mit ausgiebiger Diplomatie zu begegnen. Und dann müssen wir viele Waren verschenken und auch Leute in Diplomatie ausbilden, die dann durch Gespräche die Beziehungen verbessern können. Klappt das aber nicht, müssen wir uns auf einen anderen Weg vorbereiten. Dafür gibt es auch Kampftalente, die aufgebaut werden müssen. Zum Beispiel können wir unsere Einwohner an einer Trainingspuppe ihre Kampfwerte verbessern lassen. Und mit Nah- und Fernkampfwaffen, Rüstungen und dazugehörigen Aufbewahrungsmöbeln und Heiltränken für Verletzungen haben wir viel zu produzieren, um uns auf den Kampf vorzubereiten. Darüber hinaus kann man immer stärkere Wände und Mauern bauen, mit denen man seine Siedlung auch einschließen kann. Und später gibt es auch noch Wachtürme. Und die Ausrüstung für den Kampf beginnt mit einfachen Holzschwertern und einfachen Gambesons und mit reichlich Forschung werden daraus bessere Waffen erst aus Stein und dann aus Metall. So besteht neben der Diplomatie auch die Möglichkeit, die anderen Dörfer von der Insel zu vertreiben und ihre Vorräte zu plündern. Hier kann man als Spieler dann seinen Weg gehen, je nachdem wie man mag oder es halt wirtschaftlich besser hinbekommt. Technik, Grafik, Engine und Sound Das Spiel benutzt die Unity Engine, was schon mal die gröbsten Kinderkrankheiten ausschließt. Es nutzt bisher eher minimalistische Grafik, die aber trotzdem ihren ganz eigenen Charme hat. Man merkt im Spiel aber an, dass die Optik im Moment nicht oberste Priorität bei den Entwicklern hat, sondern es eher um die Tiefe der Simulation geht. Die meisten Texturen bestehen derzeit noch aus einfarbigen Flächen oder simplen Farbverläufen, was aber erstaunlich gut seinen Zweck erfüllt. Denn nichtsdestotrotz bietet Founders Fortune eine abwechslungsreiche Grafik. Durch die vielen verschiedenen Bauelemente und Objekte, ansehnlichen Wettereffekte und auch die Beleuchtung und Schatten, wirkt die Welt nicht langweilig. Alles an optischen Dingen ist einfach gehalten, erfüllt aber trotzdem seinen Zweck und insgesamt sieht alles ganz stimmig aus. Die Animationen der Figuren sind soweit in Ordnung. Man erkennt was sie tun, aber man darf hier keine Wunder erwarten. Hier ist noch Luft nach oben. Mit besseren Animationen könnte man den Wusel- und Knuffel-Faktor noch stark erhöhen. Ein schöner Ansatz ist hier aber schon, dass die Figuren teilweise witzige Gesichtsanimationen zeigen und so auf ihre Umwelt reagieren. Der Sound ist noch nicht das Highlight dieses Titels. Ein paar dudelige, aber nicht nervige Musikstücke, ein paar praktische Geräusche hier und da. Nichts davon ist wirklich schlecht, aber insgesamt noch etwas zu wenig Vertonung. Zustand des Spiels In den mehr als 10 Stunden Testzeit, die ich bisher im Spiel verbracht habe, ist mir Founders Fortune nicht ein einziges Mal abgestürzt, ins Stocken geraten oder hat andere technische Probleme gezeigt. Auch ansonsten konnte ich, selbst bei gezieltem Suchen danach, keine wirklichen Bugs finden. Das Spiel ist in seiner jetzigen Form bereits in einer völlig einwandfreien technischen Verfassung und absolut spielbar. Dass dieses Produkt von seinen Entwicklern offiziell noch als Alpha-Version betitelt wird, ist fast unverständlich, denn es liegt nicht daran, dass es unfertig wäre, was die Qualität betrifft, sondern eher daran, dass die Devs wohl noch viel vorhaben mit diesem Spiel. Meinung und Fazit Als ich die ersten Screenshots vom Spiel gesehen habe, war ich am schwanken. Auf der einen Seite sehen die Figuren ja recht niedlich aus, auf der anderen Seite war die Grafik natürlich auch schon recht einfach. Als ich aber erstmal eine halbe Stunde mit den wuseligen Siedlern auf der Insel verbracht hatte, war ich ganz hin und weg. Founders Fortune bietet einen enorm interessanten Mix aus Aufbau, Strategie, Survival und Sims-artigem Leutebetreuen. Ein wenig von Banished gemixt mit RimWorld, etwas Sims und eigene Ideen, heraus kam dabei Founders Fortune. Die bereits jetzt im Spiel vorhandene Simulationstiefe, der Umfang der Features und die vielen kleinen Details haben mich sehr positiv überrascht. Eigentlich macht so gut wie alles bereits jetzt Sinn in diesem Spiel und die Aussicht auf viele weitere Features und geplante Mod-Unterstützung lassen eine Langlebigkeit erwarten, die sehr viele andere Spiele nicht bieten können. Ich bin wirklich schwer begeistert von Founders Fortune und kann nur jedem Aufbau-Fan und Sims-Liebhaber dieses Spiel ans Herz legen. Hier wächst eine echte Perle heran, die man nicht verpassen sollte. Wertung Die folgende Wertung ist unter Vorbehalt zu betrachten. Da das Spiel sich derzeit im Early Access und in einer selbst betitelten Alpha-Version befindet, kann man davon ausgehen, dass es noch lange nicht fertig ist und die Entwickler vorhaben, dieses Projekt noch sehr lange zu betreuen. Da es aber verkauft wird, gibt es auch eine Wertung. Der momentane Preis von 16 Euro ist in meinen Augen mehr als angemessen. Dabei gehört es zum Plan der Entwickler mit kommenden Features, auch den Preis zu erhöhen. So könnte sich ein früher Einstieg eventuell besonders lohnen. Berücksichtigt man die technisch hohe Qualität, die Komplexität der Simulation und die vielen netten Ideen, die bereits im Spiel drin sind, achtet man auf den bereits absolut vorhandenen Spielspaß und bringt das ins Verhältnis zum niedrigen Preis, dann ist Founders Fortune eine absolute Empfehlung wert. Ich möchte hierfür eine Wertung von 88% ansetzen. Kleinere Abzüge gibt es dann noch für die stark ausbaufähige Grafik, die bisher nur zweckmäßigen Animationen und den bisher noch recht schwachen Sound. Und hier ziehe ich dann 8% wieder ab. So ergibt sich am Ende für das Spiel eines so kleinen Teams eine grandiose 80% Wertung. Founders Fortune ist ein gutes Spiel für einen fairen Preis. Ich bin wirklich sehr gespannt, wohin die Reise mit Founders Fortune noch geht. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung bereits jetzt von mir. Was immer die Entwickler jetzt noch alles vorhaben, ein schlechtes Spiel kann aus diesem tollen Anfang nicht mehr werden. Wie gefällt dir das Spiel bisher? Möchtest du gleich lossiedeln oder ist dir das noch nicht genug? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare, ich freue mich drauf. Gern können wir auch auf meiner Webseite zapzock.de im dortigen Community-Forum darüber diskutieren. Falls du dieses Video richtig schlecht fandst, dann weißt du welcher Daumen dafür passt, ansonsten drück bitte den Daumen nach oben. Und wenn du noch nicht abonniert haben solltest, klick vielleicht auf den Abo-Button und stell die Glocke auf klingeln. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen, ciao ciao, dein Zap